Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Medkonstellin Wagner, ich bin Frauenarzt und in dieser Folge besprechen wir, wie du merkst, ob du langsam in die Wechseljahre kommst oder eben nicht und wie man das Ganze diagnostisch dann festzurrt. Viel Spaß bei der Folge. Was ist denn jetzt schon drin in den Wechseljahren? Und deswegen wird das gar nicht in Zusammenhang gebracht mit einem Hormonmangel. Nicht erschrecken, ab Mitte 30, ab 35 ist es statistisch so, dass Frauen immer mal wieder einen sogenannten anovulatorischen Zyklus haben. Das bedeutet nicht viel mehr, als dass einmal ein Eisprung ausbleiben kann. Das hat auch überhaupt keinen nennenswerten Krankheitswert. Aber es ist so und das größere Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ein Eisprung ausbleibt, bleibt auch die Produktion eines sehr wichtigen Hormones aus und das ist das Progesteron. Und häufen sich diese anovulatorischen Zyklen, kann es natürlich auch zu wahnsinnigen Zyklus-Schwankungen kommen. Bedeutet, dass die Periode ausbleibt, dass beim nächsten Mal es sehr stark blutet, dass man auf einmal Zwischenblutungen bekommt, dass man auf einmal sehr zeitlich unregelmäßige Zyklen hat. Das sind alles die ersten Anzeichen, dass du in die Wechseljahre rutscht. Und damit möchte ich auch einen ganz wichtigen Punkt gleich zu Beginn abhandeln. Es sind Wechseljahre. Es ist nicht der Wechselzeitpunkt. Viele denken immer, es gibt einen Cut, ich wache morgens auf und habe auf einmal Menopausenbeschwerden. Aber es sind wirklich Jahrzehnte, die dazwischen liegen, von den ersten kleinen Prodromi, die ich gerade zum Beispiel schon genannt habe, bis hin zum manifesten Wechseljahresbeschwerden oder Wechseljahresveränderungen. Das muss man wissen. Zyklus haben wir jetzt besprochen. Das ist ein wesentlicher Faktor, auf den du mal achten kannst. Gerade Anfang 40 kann es losgehen, dass da eine Unregelmäßigkeit und neue Blutungsmuster auftreten, die du so nicht kanntest. Wesentlicher, ganz wichtiger Faktor sind auch jetzt Gemütsveränderungen. Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Emotionalität, Aggressivität bis hin zu depressiven Verstimmungen können Ende 30, Anfang 40 schon auftreten. Ich blende euch hier mal eine Grafik ein, die immer so ein bisschen erschrecken lässt, weil man denkt, um Gottes Willen, mit Anfang 40 denke ich doch noch nicht an die Wechseljahre. Aber es ist statistisch so, dass Anfang 40 das Hormon Progesteron, was wir ja gerade besprochen haben, langsam aber sicher absinkt. Dieses langsame Absinken des Progesterons ist vielleicht auch noch gar nicht mal so das Problem. Aber wie ihr auch in der Grafik seht, bleibt das Hormon Östrogen relativ lange auf einem stabilen Level. Und hier entsteht eine sogenannte Östrogen-Dominanz. Und das ist die klassische Konstellation auch beim PMS, beim Prämenstruellen Syndrom mit all den Beschwerden, Brustspannen, Kopfschmerzen, Überlaunigkeit, Gereiztheit etc. Das sind die klassischen Faktoren, die beim PMS wahnsinnig belastend sein können und eben jetzt auch ganz physiologisch, also naturgewollt passieren. Ausbleibende Eisprünge, die Eizellreserve nimmt langsam ab. Progesteron als Hauptlieferant quasi des Gelbkörpers, was nach dem Eisprung eben produziert wird. Das bleibt jetzt alles aus. Progesteron sinkt ab. Östrogen bleibt stabil. Östrogen sinkt dann irgendwann, wenn die Eierstöcke wirklich leer gesaugt sind, wenn man so möchte. Die Follikel da im Eierstock, die reifen nicht mehr monatlich heran, bilden entsprechend auch kein Östrogen mehr. Ja, also kommt es jetzt sukzessive auch zu einem Östrogenmangel mit all den Begleitsymptomatiken, die passieren könnten. Über die fünf häufigsten Beschwerden in den Wechseljahren habe ich ein eigenes Video gedreht. Schaut es euch bitte an, vielleicht findet ihr euch da wieder. Jetzt ist immer die Frage natürlich, erstens, was kann ich dagegen machen vorbeugen, dass das so nicht passiert? Muss ich da schon was machen? Und zweitens, macht es schon Sinn, irgendwelche Hormonbestimmungen zu machen, um zu gucken, wie ich stehe? Wo ich stehe? Muss ich überhaupt noch verhüten? Etc. Erste Frage wollen wir schnell beantworten. Ja, du kannst und solltest auch was dagegen machen. So ein Progesteronmangel oder diese Östrogendominanz, die können mitunter auch wirklich sehr belastend sein. Nicht nur für einen selbst, sondern eben auch fürs Umfeld. Partnerschaft, Beruf, Kolleginnen und Kollegen kann natürlich sehr, sehr anstrengend sein, wenn man sich selbst nicht wiedererkennt. Also macht es ja durchaus Sinn, diesem Progesteronmangel ein Stück weit entgegenzuwirken. Das geht wunderbar auch schon ernährungstechnisch. Auch hierzu möchte ich euch ein Video verweisen, wo ich über Ernährungsformen in den Wechseljahren spreche und da ein paar Tipps mit auf den Weg gebe. Und klar, man kann auch darüber sprechen, wenn man klassische Symptomatik hat, ob man pflanzlich dagegen vorgeht. Ich habe auch schon hier auf diesem Kanal über Mönchspfeffer, Agnuscastus gesprochen, was ja evidenzbasiert eingesetzt wird bei PMS. Wenn wir jetzt zu Beginn der Wechseljahre PMS-Symptomatiken haben, aufgrund dieser Östrogendifferenz, kann man natürlich auch mit Agnuscastus dagegen vorgehen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann kommen wir natürlich noch zur sparte Hormonersatztherapie mit bioidentischem Progesteron zum Beispiel. Jetzt, klar, kann man da auch diskutieren, ob man da das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht. Auch zur Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen habe ich euch ein Video hier abgelegt. By the way, es gibt eine eigene Playlist zum Thema Wechseljahre. Da bespreche ich viele Themen, wenn euch das noch weiter und tiefgreifender interessiert. So, die zweite Frage ist, muss ich Hormone bestimmen, um zu wissen, wo ich stehe? Jein. Hormone bestimmen kann man machen. Diese Frage ist natürlich wahnsinnig oft gestellt in der gynäkologischen Praxis. Man muss sich aber vorher eine Frage stellen, was mache ich mit diesen Werten, die dann da schwarz auf weiß rauskommen? Wichtiger Punkt, sie korrelieren nicht, diese Laborwerte, mit dem Befinden der Frau. Es kann vom Papier her wunderbar aussehen, eigentlich noch alles gut vorhanden, eigentlich noch Wohlfühlbereich, laut Labor. Der Frau geht es aber schlecht. Hier kommt es natürlich darauf an, welche Frau habe ich vor mir. Zum Beispiel sehr adipöse Frauen haben lange noch einen Östrogenüberschuss. Dadurch, dass die Fettzellen Östrogen bilden können, haben die sehr, sehr früh und sehr, sehr oft diese Östrogendominanz mit all den Beschwerden. Habe ich eine sehr schlanke, sportliche Patientin zum Beispiel vor mir, sieht das Ganze wiederum anders aus. Die haben aber sehr lange ein stabiles Testosteron aufgrund ihrer Muskelaktivität. Also hier muss man das Gesamtpaket Frau einfach betrachten. Deswegen kann man nicht sagen, Frau Müller, auf den Laborwerten hier sieht alles gut aus, sie können gar keine Beschwerden haben, ist Quatsch. Man schaut sich also die Frau an, die vor einem sitzt und kann schon aus den geschilderten Symptomen herleiten, ob es sich um die Wechseljahre handelt, ja oder nein. Und jetzt kommt ein weiterer unglaublich mächtiger Skill von GynäkologInnen, die mikroskopieren können. Wir können nämlich anhand des Vaginalsekrets sehen, wie die hormonelle Lage ist. Das ist genial, denn wir können wirklich sehen, anhand der Schleimhautzellen und der Gesamtkonstellation des Vaginalsekrets liegt hier ein Hormonmangel vor, ja oder nein. Man braucht also theoretisch überhaupt kein Gepiekse, keine Laborabnahme, auch keine Speicheltests, um zu gucken, wie sieht es hormonell aus. Jetzt möchte man aber eventuell auch eine Hormonersatztherapie machen und hier muss das Ganze natürlich kontrolliert werden. Das heißt, hier brauche ich schon ein Labor, um zu gucken, wo stehe ich, was gebe ich der Frau, in welcher Dosierung und ich möchte es natürlich auch nach gewissen vier bis sechs Wochen zum Beispiel kontrolliert wissen. Gebe ich der Frau zu viel Progesteron, zu wenig? Hier macht natürlich eine Laborentnahme einen Sinn. Die Frage ist ja auch oft nach Verhütung. Muss ich jetzt noch verhüten, ja oder nein? Solange man also noch ein zyklisches Geschehen hat, auch wenn es durcheinander gerät, sollte man noch verhüten. Denn man weiß nicht, ob auf drei Zyklen kein Eisprung mal wieder ein Eisprung folgt und dann kann das natürlich, wenn man das nicht möchte, nach hinten losgehen. Deswegen, solange ein zyklisches Geschehen noch vorhanden ist, sollte man auch das Thema Verhütung auf dem Schirm haben. Wie du siehst, können Wechseljahre also relativ früh beginnen. Und vielleicht kannst du jetzt die ein oder anderen Veränderungen bei dir besser einordnen. Ob du daraus jetzt eine Konsequenz ziehen musst, weil es dich im Leben einschränkt oder ob das Ganze total unmerklich auch abläuft, liegt ein Stück weit an dir. Sprich bitte auch mit deiner Gynäkologin drüber. Die Wechseljahre sind auch ein Prozess, den man so im Prinzip nicht aufhalten kann. Man kann eben diese krassen Diskrepanzen zwischen den Hormonen ein Stück weit ausgleichen, dass die Beschwerden nicht so stark sind. Aber irgendwann sind die Eierstockreserven aufgebraucht und du wirst automatisch in den Hormonmangel kommen, wenn eben nicht substituiert wird. By the way, viele Frauen nehmen ja auch relativ lange ein hormonelles Verhütungspräparat ein, ob es die Spirale ist oder auch eine Pille. Dadurch wird das Ganze natürlich kaschiert und verschoben, weil die synthetischen Hormone ein Stück weit auch die Funktionen natürlich aufnehmen, die jetzt quasi fehlen würden, sollte man die Pille oder das Hormonpräparat der Wahl nicht einnehmen. Damit sind wir am Ende, nicht unseres Lateins, sondern dieses Videos. Wenn dich das Thema brennend interessiert, lass es mich wissen mit einem Abo von dir, einem Daumen nach oben oder schreib einfach in die Kommentare, was dich vielleicht noch für ein Thema interessieren würde. Dann nehme ich das ganz bestimmt bald auf. Viel Spaß noch und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020